hallo und willkommen liebe zuschauer und willkommen auch an jochen körper an meiner seite heute schön dass du da bist du hast uns diverse aktien mitgebracht wir sind gespannt auf was wir schauen werden natürlich wir starten mit der autobranche eines seiner steckenpferde natürlich daimler da gibt es diese woche noch zahlen donnerstag glaube ich genau was wird erwartet ja natürlich liegt die messlatte wie immer hoch dazu muss man natürlich auch sagen dass zetsche und co in den letzten wochen und monaten ja auch immer wieder für gute news gesorgt haben und hat die anleger auch in der vergangenheit immer wieder zufrieden gestaltet die zahlen waren wirklich immer akzeptabel bis bis sehr gut gewesen manchmal sogar etwas über den erwartungen der listen also von daher gehe ich schon davon aus dass man donnerstag auch wieder sehr gutes zahlenwerk präsentieren wird muss man sehen was in punkte dividende passiert aber im prinzip gilt es hier auch den blick nach vorne zu richten wie geht es in punkte elektromobilität weiter neue mobilitätsdienste also das wird ja wirklich das a und o sein jetzt vielleicht weniger die zahlen aktuell sicherlich muss man da auch darauf achten aber der blick geht hier absolut in die zukunft und die haben das noch mal ganz kurz zu sagen hier sehe ich schon teilweise ganz gut positioniert mit dem f0 15 hat man ausrufezeichen gesetzt die stromaflotte wird 2009 sind ausgerollt und nach was das thema mobilitätsdienste betrifft ist da immer schon wirklich richtig gut dabei wie ich finde da macht man wirklich einen guten job und wie gesagt die elektroforte finde ich finde ich flotte die finde ich schon wirklich wirklich richtig richtig spannend wir schauen mal ob es ähnlich gut und ob du ähnlich positive worte bei volkswagen findest oder zu volkswagen ist es jetzt wieder der größte auto konzern der welt man hat toyota überholt diesel geld scheint zu müssen vergessen zu sein absolut und vor allem weil du gerade immer sagst gerade in so einer situation mit der diesel affäre im ganzen drumherum war wirklich am anfang davon ausgegangen ist oder auch viele experten gesagt und das wird für vw sicherlich in den image hat nach sich ziehen als ich habe auch gedacht da muss man sicherlich mal aufpassen was es für konsequenzen für volkswagen haben wird aber letztendlich muss man sagen die leute das ja wenig bis gar nicht interessiert die haben an der marke festgehalten die sagen grundsätzlich vw macht gute autos und letztendlich sieht man das an den absatzzahlen man sitzt größte autobauer der welt 2016 was die verkaufszahlen jetzt betrifft und von daher hat man toyota jetzt überholt also von daher muss man wirklich sagen respekt und ich kriege auch immer wieder e-mails von von zuschauern oder von lesern beispielsweise sagen menschenskinder warum setzen sich denn nicht mit der diesel problematik und den ganzen zahlungen was dann auch auf vw zurollen wird auseinander da muss man wirklich immer ganz klar trennen fakt ist die börse blickt immer voraus sechs monate manchmal sogar neun oder zwölf monate und vw nach dem abgaskandal hat die aktie wirklich einen rutsch getan zwischen 1905 hat sich die aktie eingependelt viele experten sagen haben damals ja gesagt die strafzahl wird noch immens höher 60 milliarden 70 also sorry da muss man schon mal auch in diesem zusammenhang wirklich die kirche im dorf lassen und letztendlich hat vw jetzt einen schlussstrich darunter gezogen summa summarum sind die ganzen sachen jetzt abgehakt wenn jetzt nicht irgendwas noch um die ecke kommen hat vw jetzt hier den besten weg auch hinter sich konsolidierung beendet ausgebrochen neues kaufsignal generiert also vw wird jetzt vielleicht aber wieder bisschen konsolidieren und natürlich braucht die vw aktie auch einen guten gesamtmarkt aber so ich habe es auch immer wieder gesagt vw ist ist wirklich eine interessante natürlich spekulative angelegenheit das ist ganz klar aber hier geht es auch den blick nach vorne zu richten richtung elektromobilität hier müssen sie wirklich noch ganz schön gas geben aber die aktie hat schon viel vorweggenommen und ich glaube auch dass wir hier in einem freundlichen gesamtmarkt sicherlich 170 euro sehen können es läuft also bei den deutschen autobauern zumindest bei denen die wir uns gerade angeschaut haben wir gucken mal auf die autozulieferer ob sie ähnlich gut aussieht leoni der erste wert da hast du ja zum letzten mal schon gesagt man konzentriert sich wieder aufs kerngeschäft die comeback story ist die weiterhin intakt absolut wobei man natürlich hier auch sagen muss wenn man sich den chartverlauf ansieht also hier brauchen oder haben die anleger in der vergangenheit wirklich ein dickes nervenkostüm gebraucht wenn sie in zukunft vielleicht sicherlich auch noch brauchen denn die autobranche und die autozuliefererbranche die ist schwierig warum weshalb ist völlig klar eben schon mal angesprochen hier findet ein umbruch um wandel statt von den traditionellen herstellen also verbrennungsmotoren hin zur elektromobilität und auch unternehmen wie leoni beispielsweise da hat in der vergangenheit auch sie selber viele fehler gemacht muss man ganz ehrlich sagen hier wurden oftmals die ziele verfehlt und jetzt bin ich der meinung dass man schon auf einem guten weg ist man hat auch für die bordnetz sparte einen neuen manager eingestellt und ich glaube schon dass der sein dass der hier mit eisernen besen kehren wird und die sachen jetzt wirklich regeln wird die in der vergangenheit schief gelaufen sind also nach wie vor schöne come back story und der markt ist natürlich bei leoni sehr sehr skeptisch und die erwartungen sind nach wie vor negativ oder sehr weit unten also leoni hat für mich überraschungspotenzial nach wie vor die come back story ist für mich intakt hier sieht man auch langsamer aufwärts trend hier hier die alten hochs geknackt nach oben nach der kurzen konsolidierungsphase die wir jetzt sehen in einem freundlichen gesamtmarkt das ist echt die voraussetzung muss man immer wieder betonen glaube ich schon dass leoni potenzial hat jetzt in die 40 hinein zu laufen und sogar noch darüber hinaus elton klinger unser nächster werte hatte auch letztes jahr zu kämpfen kurz verlust von über 30 prozent musste man hinnehmen warum könnte es dieses jahr besser laufen wir sehen ja schon den anstieg hier aber was spricht denn dafür dass es weiter der freie fall hier von 24 euro um die elton klinger war sogar noch weiter aus höher gestanden also ähnlich wie bei leoni wobei man hier sagen muss auch hier ganz ganz wichtig der umbruch in der autoindustrie also der fokus liegt hier oder lag in der vergangenheit auf verbrennungsmotoren aber für mich jetzt auch so so die geschichte eltring klinger hat in den vergangenen wochen mehrere neue beteiligungen ist den kringer eingegangen auch im bereich der elektromobilität elektromotoren und ich glaube schon hier hat mein zeichen der zeit erkannt logisch muss man natürlich auch sonst bleibt man auf der strecke und ich glaube hier hat man die richtigen oder die weichen in die richtige richtung gestellt hier jetzt sieht man auch die börse glaubt jetzt schon die blick vorausen sagt okay hier ist was im wandel die jungs wissen wo es hingehen wird und hingehen soll hier schöne aufwärts denn hier konsolidieren jetzt auf die 200-tage-linie wichtig wäre für mich jetzt dass die aktie hier vielleicht kann sie kurz darunter abtauchen aber dann muss das teil hier schon wieder noch oben drehen das ist für mich auch eine wahnsinns interessante comeback story denn hier hat man meiner meinung schon die weiche in die richtige richtung in richtung elektromobilität gestellt und hier hat man auch einen guten chef am ruder ich glaube schon dass man hier den swing hinbekommen wird und die aktie ist für mich auf dem aktuellen niveau auch mit sehr guten nervenkostüm für die anleger natürlich aber ist auf dem aktuellen niveau in kauf für mich bei paragon hast du uns zuletzt verraten dass die der verkäufer die aktie ein bisschen gebremst hatten ist man immer noch was steht man auf der bremse ja leider machen wie man hier sieht die aktie kommt ja nicht richtig vom fleck muss natürlich auch sagen die aktie in der vergangenheit eine schöne performance also hier liegt immer noch der fokus auf den batterie packs ist eine schöne wachstum story und hier immer noch lehrverkäufer am berg ich werde mich am nächsten tag mal wieder mit dem management unterhalten sehen bis hier auch operativ läuft ob hier vielleicht jetzt mal wieder neue aufträge in der pipeline sind klaus die dafür dass sie ein umtriebiger manager und er gibt ja hier auch immer nicht nach er weißen hat ein tolles produkt er hat schon viele neue kunden hier an land gezogen und ich glaube dass er fieberhaft an arbeit hier neue neue interessante sachen zu präsentieren also wer hat hier eine unterstützung bei vielleicht 38 50 oder 39 euro sollte die aktie jetzt nicht runter kippen von daher wer investiert ist da würde ich jetzt wirklich kein stück aus der hand geben denn die story ist spannend für mich und ich könnte mir trotzdem durchaus vorstellen dass wenn hier 50 euro sehen wird oder auch kann denn wie gesagt diese batterie packs ist wirklich eine äußerst spannende technologie und eine spannende story jetzt wird noch ein bisschen spekulativer bei unserem nächsten wert line e-mobility hast du auch schon mal dabei gehabt hier bei uns warum steckt hier fantasie in dem titel ja ich habe damals schon gesagt das war glaube ich vor zwei oder drei wochen aber die aktie hier bei bei 6 20 das ist eine äußerst heiße kiste denn das unternehmen ist relativ klein wir haben hier eine börsenbewertung von 40 millionen also wer wirklich sagt okay ich entscheide mich dafür diese aktie jetzt zu kaufen der entscheidet sich auch dafür eine hoch spekulative kiste ins depot zu kaufen also wirklich hier nur der depot beimischung warum es interessant line e-mobility macht zum beispiel bms also batterie management systeme jedes elektroauto braucht eine batterie und diese batterie funktioniert nicht einfach so sondern hier braucht man ein batterie management system das sagt jederzeit liefert die informationen wie heiß ist die batterie wie viel power hat sie noch wann muss ich tanken und so weiter tanken in anführungsstrichen und so weiter und so fort also hier um die leistungsfähigkeit der batterie immer wieder die informationen weiter zu liefern und diese batterie management system macht line beispielsweise man arbeitet hier mit kreisel elektrik zusammen hat man vielleicht schon mal gehört also drei brüder aus österreich die haben im letzten monat mit ihren batterien für elektroautos wirklich für furore gesorgt also das ist wirklich eine äußerst spannende firma und mit denen arbeitet laien zusammen und ich kann mir hier wirklich auch vorstellen dass es in den nächsten wochen und monaten noch sehr viel positives von der firma zu hören geht aber also ich kann mir vorstellen wirklich zehn euro oder darüber hinaus aber wie gesagt das ist echt eine wirklich heiße kiste du behältst sie für uns auf jeden fall im auge für den letzten wert verlassen wir die ganze elektromobilitäts autobranche wir schauen noch auf borussia dortmund die rückrunde ist ja gestartet jetzt ziele sicherlich qualifikation für die champions league wie wichtig ist das auch für die aktie dass das dann klappt total das ist a und o also wenn man hier platz fünf oder sechs in der bundesliga belegen würde das wäre für die aktie absolutes desaster und auch für den fahrer natürlich finanziell denn die champions league ist äußerst lukrativ und da gibt es wahnsinnig viel geld zu verdienen in der bundesliga wird zum ersten bayernjäger wohl in dieser saison nicht reichen also ich finde schon dass die mannschaft wirklich top ist man richtig richtig coole kicker mit wahnsinnig viel talenten ist die mannschaft gespeckt und da liegt im prinzip auch das potenzial dass die bewertung der einzelnen spieler im moment noch bei weigl beispielsweise bei 18 millionen und der der mittelfeld regisseur schlechthin in den letzten monaten eine passquote von 95 prozent also ich glaube schon wenn hier in top club aus europa kommt und will weigl kaufen dann gibt es 35 millionen plus x also hier liegen unheimlich viele werte in der in der bilanz auch schlummern viele werte und ich glaube die werden sich hier nach oben entwickeln diese einzelnen talent oder obama young beispielsweise dem bele guerrero also hier sind wirklich viele interessante spieler ich glaube dass das der bvb vielleicht auf platz drei am ende der saison enden wird und sich hier für die champions league saison für die nächste saison für nächste runde qualifizieren wird und von daher ist alles im lot aber auch die champions league die laufende champions league darf nicht vergessen hier ist man wirklich richtig gut dabei und ich glaube dass man hier noch wirklich einen guten weg vor sich hat und kann einem einen oder einen favoriten schon noch ein bein stellen die gab es noch gibt es sicherlich noch viel geld zu verdienen für den bvb die achse für mich zwischen 5 20 45 kauf und nicht nur für fans sondern einfach hinlegen zack und ich glaube schon 57 sind drin dankeschön für deine einschätzung japan körper danke auch ihnen wenn sie mögen bis zum nächsten mal